2. Oktober 2020, 14.21 Uhr. Wir sind mit dem lieben Adrian unterwegs nach Konstanz in einem Tesla. Lieber Adrian, wie geht's dir? Mir geht's super. Dir geht's super? Ja. Wie war die Schule, der Schulanfang? Ja, der Schulanfang war für mich komisch, weil ich nur wenige Tage im Unterricht war und mir dann ein Attest geholt habe für Homeschooling, weil ich es nicht mehr länger hören wollte, dass ich immer Abstand einhalten muss mit meinen Freunden und mit denen gar nicht sprechen darf. Also du hast ein Attest gebraucht aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Und deshalb bist du jetzt im Homeschooling? Ja. Weil man ohne Maske auf deiner Schule nicht mehr in die Schule gehen darf? Anscheinend schon, weil ich könnte schon in die Schule gehen, in meiner Klasse rein, müsste ich halt in die Ecke da hin und mich dorthin setzen und dürfte auch gar nicht mit meinen Freunden reden. Wieso soll ich dann in die Schule gehen? Dann habe ich mir direkt einen Attest holen lassen. Ja. Bist du der Einzige aus der Schulklasse Freundesgeist? Ja. Ja. Kannst du deine Freunde nachmittags sehen? Ja, nachmittags kann ich die eigentlich schon sehen. Du hast bisher zwei Demonstrationen gegen die Maskenpflicht organisiert. Das letzte war vergangenen Sonntag. Wann ist die nächste Demo? Die nächste Demo ist am 11. Oktober. Ja. Wo? Wann? Jetzt habe ich einen Anruf bekommen, kann ich aber später machen. Um 15.30 Uhr am Westpark. Am Westpark in Nürnberg. In Nürnberg, genau. Wer ist alles dabei? Ja. Bis jetzt haben wir Michael Ballweg und Aliens Bestfriend als Band wieder. Und ja, Ärzte haben wir wieder. Und mehrere, die wir noch nicht bestätigt bekommen haben als Redner. Ist das wieder eine eigene Schülerdemonstration? Oder sind andere Kooperationen? Ja, das ist von uns, Schüler gegen Maskenpflicht. Aber wir haben auch Kooperationspartner. Querdenken 911, Querdenken 8, 9 München, Querdenken Landshut und Zeig mir dein Lächeln. Ja. Okay, schön. Und jetzt, wenn du auf Konstanz blickst, was hast du dieses Wochenende vor an Konstanz? Ja, ich fahre jetzt an der Konstanz. Erst die Menschenkette am Samstag und Sonntag dann die Kundgebung. Dann bin ich auch als Redner und bin schon gespannt, wie es abläuft in Konstanz. Sehr schön. Und wer war denn der Anmelder von der zweiten Demo am Sonntag in Nürnberg? Das war ich auch. Also nicht mehr die Frau, die das beim ersten Mal gemacht hat? Nein, nein. Die hat das, ähm, die hat das, ähm, ich hab's auch angemeldet. Die erste Demo, die war nur die Leitung, ne? Ach so. Für die Demo, ja. Und die war auch die Leitung bei der zweiten Demo und bei der dritten auch. Jetzt. Aber angemeldet hast du alle drei Demos, ja? Weil ich hab das erst so verstanden, dass die dich das nicht anmelden lassen wollten. Doch, die wollten uns anmelden lassen, ne? Aber ich bräuchte einen über 18-jährigen oder jährigen, ähm, der das, ähm, halt, die Versammlungsleitung, genau. Und, äh, wenn du jetzt Geld ausgibst für die Bühne, wie, wie finanzierst du das? Wir finanzieren uns mit Spenden, ähm, wir haben jetzt auch einen Spendenaufruf gemacht, ähm, äh, weil wir, äh, eine Bühne haben, ähm, wir müssen Abspeckgetappe sorgen, äh, ja. Okay. Okay, vielen Dank, lieber App, ja. Danke.